Niemals selbst an dir zweifeln und immer Gas geben. Ja, ich habe auch Junge angefangen zu kicken, aber die Möglichkeiten waren nicht so überragend wie hier. Was ich sehe, sind viele engagierte Trainer, viele Jungs, die hier auch im Internat sind, die auch zur Schule gehen und da wird auf jeden Fall auf einem guten Niveau trainiert. Im Endeffekt habe ich es irgendwie geschafft, nochmal den nächsten Step zu machen mit der Nationalmannschaft Champions League. Man sollte da immer auch diesen Traum vor Augen haben, immer Spaß bei der Sache haben und sich auch nicht irgendwie niedermachen lassen. Es gibt immer irgendwie einen Weg nach oben. U guru, bei der . Das habe ich sehr viele Jahre alt, Fertig. So bulstig.